Der Alfons sang Purple Rain und machte das nicht sonderlich gut, beziehungsweise er hätte die Kopfstimme gehen müssen. Es war dann sozusagen auf Dauer einfach gesanglich zu unkomplex und dadurch langweilig, aber prinzipiell gute Stimme. Und ja, schöner Ausdruck eigentlich drin. Und ich verstehe aber nicht, warum man sozusagen bei der Jury immer so ein Drama drum machen muss. Ja, dies und das und bla bla bla, so erstmal, damit man auch in der Postproduktion dann die Dramamusik einspielen kann. So nach dem Motto, jetzt kommt er nicht weiter, jetzt kommt er nicht weiter. Das ist immer dieses Gekasper unnötig. Vor allen Dingen, ich meine, bei DSDS sind ja die guten Sänger, ich sag mal, die gibt es nicht viele. Und wenn da einer sozusagen ganz gut Purple Rain singt, ohne dass Töne schief sind und so, da sich denn an solchen Details immer aufzuhängen, ja. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020